so hallo läuft das ding ja das läuft dass das dass das ja dass das läuft okay es läuft wir machen weiter bei fortnight was das denn hier team ursprünge feier fortnights anfänger einen stil im jahr-saison okay ich nicht kaufen muss mache ich alles mit so nein hier ist nichts nichts neues was ist jetzt ansehen was 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 zeigst du ja item shop wahrscheinlich wahrscheinlich das ist ja das ist was ich meinte das ist das ist kaufen also verstehe ich nach wie vor nicht wenn man hier irgendwas kauft aber gut ist wurscht das unterstützen wir ja auch nicht so ich würde gerne gute weibs weitermachen bis sie geht auf weiter also wo auch immer der landet da müssen wir hin aber schon mal geschafft ist eigentlich nicht so schwierig und dann geht das hier auch stück für stück weiter 456 wie weit geht das noch und 6 kommt erst in 31 tagen also bis wir 45 abgeschlossen haben ist eigentlich noch genug zeit dass man hier nicht hinterher hängt was ganz gut ist was hätten schnäppchen jagd wochenende die barren aus null von 1000 warum sollte ich wenn es eh kaum was gibt sehe ich jetzt nicht so ehrlich gesagt sehe ich jetzt nicht so ja das ist nicht so wichtig sprinten können wir mal wieder eine runde machen das ist ja nur für die 15k hier oben kann man mitnehmen muss man nicht wichtig ist hier pflanzen haben wir immer noch nicht das verfolgen wird schon seit drei millionen jahren und ganz immer noch nicht gemacht die taschenfestung habe ich auch noch nicht geschafft weil es letzte mal hat es ja leider nicht gezählt und die sind denen noch die blöden riesenblätter riesen säge pilze dings da ja also nichts neues nichts neues aufgetaucht wir können einfach ganz normal spielen ach ja das ist das wichtigste das ist das wichtigste rollbrocken und pistolen darauf sollte ich darauf sollte ich wert legen dass wir das indiana jones zeug durchbekommen gut dann verschiebe ich noch kurz das fenster sonst sehe ich nicht ob ich aufnehme okay alles klar und wir pausieren und es geht in drei sekunden los und wir sind mit indiana jones aber ist natürlich nur der skinner also es ändert wirklich am spiel nichts wie man aussieht möchte es noch mal betonen so wo ist er denn wo landet er denn wo ist der rote knopf da drüben ist der rote punkt okay gut da müssen wir auf jeden fall hin ach so ja ich sage noch ich sage noch wir wollen wir wollen die indiana jones aufträge verfolgen jetzt gehe ich erstmal dafür besuchen aber ist auch in ordnung erstmal müssen wir jetzt was zusammen sammeln erstmal müssen wir ein paar waffen hier passiert auch noch irgendwas da da braut sich doch was zusammen das sehe ich doch hier alles irgend so ein bohrer der hier rauskommt strange okay irgendwas wird hiermit auch noch mal irgendwann passieren munition sehr schön hier ist nix weiter da ist auch nix weiter da schöne waffe so da unten liegen auch waffen einfach rum okay nehme ich gerne alles mit kein thema gut so in welche richtung ist jetzt in welche richtung ist jetzt der darf weder irgendwo nicht so spannend in die nach scheiße jetzt habe ich nicht jetzt habe ich nicht genau hingeguckt ist das rote hier nee was ist passiert liebe länger als geht ja wow ok irgendwo da war der hier irgendwo irgendwo da ist dieses irgendwo da ich setze mal hierhin ich setze mal hierhin irgendwo da müsste dieser blaust ich habe noch nie gesehen wie es einfach nacht wird das sieht ja witzig aus ja was heißt nacht da ach das ist der sturm der sich aufbaut ah ok aber da sieht man mal ne das ist schon sehr pixelig ich habe die grafik auch noch nicht sonderlich hochgestellt aber ich lasse die auch so weil ich brauche keine top grafik so wirklich nicht wo die haben wir schon wo das ist wichtig so ok da wären rollbrocken ok wisst ihr was scheiß erstmal auf darf weder i'm sorry wir gehen rollbrocken rollen in der hoffnung dass ich noch wirklich gerollt bekomme eigentlich muss ja eh eine runde sprinten das kann man auch noch gleich mitnehmen mit glück ist hier eine beere drin oder sowas aber ein pilz den kann man auch kurz den kann man auch kurz einmal für schilde mitnehmen so oder drüben will ich zu dem brauchen dann würde eine runde rennen noch eine runde rennen oh ne taschenfestung auch nicht schlecht so jetzt aber erstmal lösen den kollegen hier und der rollt jetzt schon mal 74 noch ein bisschen mehr oh lol und ist aber einer besonders gut drauf wie weit ist er nicht gerollt haben wir noch ein rollbrocken da drüben ist noch einer dafür müssen wir nur durch die stadt kommen sie noch irgendwo dann nähen andere rollbrocken also näher als ich ähm näher als ich näher als der da drüben wahrscheinlich nicht ne ok scheiß drauf wir gehen durch die stadt wir können ja reiten wir können ja reiten muss nur hier durchkommen da müssen wir hoch mehr müssen wir gar nicht da sind überall solche brocken okay voll gut kommen wir da so hoch nicht ganz da muss ich einmal außenrum irgendwie hier kann ich hoch ok wir schaffen jetzt endlich diese rollbrocken mission zeit wird's so stopp mich runterfallen oh hi kiste ok sehr schön rollbrocken wieso bin ich jetzt hier runtergesprungen das war jetzt nicht so smart ok aber ist jetzt auch nicht so wichtig da ist noch eine kiste ok ich habe eine gesetzt jetzt nur noch schaden machen nur schnell schaden machen wo ist er wo ist der typ nein gezählt das zählt ja es hat gezählt oh diese dämliche diese dämliche mission ist weg es hat gezählt finally das war das ziel ok wir haben die rollbrocken und wir haben die hier weißt du schon den quatsch mit dem mit der festung das ist so eine alberne mission setze eine festung und mach danach schaden so das ist so eine alberne mission ok weil man braucht halt dafür erstmal eine festung logischerweise gut aber wir haben den quatsch weg sehr schön ich pausiere und wir sehen uns gleich wieder so ich habe gerade ein bisschen den abflug verpasst und jetzt ist der bus einfach ohne mich weiter geflogen und wir sind einfach hier ähm ich habe leider keine ahnung wo Darth Vader gelandet ist ich habe das nicht gesehen das ging schneller als ich dachte dass es hier weiter ging äh jetzt sind wir hier gut was ist denn das hier eigentlich für eine komische Insel waren wir da jemals drauf ich weiß es nicht jetzt sind wir jedenfalls mal drauf ach toll da ist eine Taschenfestung die bringt mir jetzt richtig viel okay wisst ihr was dann angeln wir mal kurz eine Runde wenn wir schon hier sind so weil ich schätze mal dass ich jetzt von hier aus nicht sonderlich viel erreichen werde rostige Dose das hat mich hingehauen das ist Munition kann man das Ding auch irgendwie bewegen oder so oder rein oder also man kann damit nichts machen man kann nur ein und ausholen ja schlecht ups ey was okay was macht man mit einer Dose die wirft man oder was cool okay das ist ein Fisch den kann ich auch gleich snacken weil der gibt schön Schild ne genau aber mir ging es vor allem darum ob wir oh ja ob wir neue Fischarten finden aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher ich bin noch nicht so überzeugt dass das neue Fischarten sein könnten okay ne blauer Schlörfisch das hatten wir alle schon drei Millionen mal oh aber wir haben damit gerade wahrscheinlich oh haben wir damit gerade ne Dings gemacht ne tägliche stelle Kondition mit Fleisch wieder her ach lol ja okay auch in Ordnung aber es scheint halt jetzt nicht so als ob man hier neue Fischarten bekommen würde wo bekomme ich die denn dann überhaupt her die ganzen Fischarten die ich noch brauche ja glaubst du ganz hab ich das Angelgame noch nicht verstanden Zappler ach guck mal der ist glaub ich neu sogar ja gut ähm ne hä hä okay noch ein noch ein blauer Zappler erster Fang okay keine Ahnung wo das jetzt herkam naja wir können auch die Munitionskiste öffnen aber das Problem ist oh vielleicht schaffen wir die Mission Kugler Kugler Seilrutsche und oh ja oh ja das probieren wir geht das ist das ja okay könnte kritisch werden weil die Zone zieht sich schon zusammen oh könnte ganz kritisch werden Scheibenhonig aber wenn ich noch ne Kugler und ne Geysirr finde dann hätten wir das das wäre dann zumindest ein was was wir noch aus dem Part hier machen könnten äh aus dem Part aus der Mann bleibt doch stehen so Abflug müsste ich jetzt nur ne Kugler finden und dann noch schnell zu neem Geysir rüber huschen ich meine die Kugler sind gleich hier die Kugler sind gleich hier das könnte actually funktionieren Kugler sind gleich da drüben oder da oben wären auch Kugler sagen wir wir gehen mal hoch komm wir gehen mal hoch egal ist egal wir gehen mal hoch es geht glaube ich gerade schneller da einfach mal hoch zu reiten ja das geht gerade am schnellsten muss nur den Eingang finden ähm ah ja Kugler ist am Start jetzt nur noch ne Geysirr ok nur noch ne Geysirr scheiß auf die scheiß auf den ganzen Quatsch nur noch zu neem Geysirr und dann haben wir den Blödsinn auch weg und dann haben wir den Blödsinn auch weg prima obala ja jetzt kommt die Zone aber wir sind auch gleich beim Geysirr das schaffen wir noch bis zum Geysirr das kriegen wir hin ich bin da ganz guter Dinge das kriegen wir hin bis zum Geysirr die sind gleich irgendwo hier irgendwo hier sind die Geysire komm schon ich brauche nur noch so ne dämliche hier sind die perfekt wir sind hier ok ich muss nur in so nen scheiß Geysirr rein der geht gleich hoch und die Mission ist da sehr gut ich glaube nicht dass ich es jetzt noch schaffe hier raus zu kommen heilen aber aber egal also kann ich mir nicht vorstellen dass ich hier noch rauskomme aber ist jetzt auch wurscht ich glaube ich brauche es gar nicht probieren sind wir mal ganz ehrlich die Nummer ist durch ey die Nummer ist durch aber es ist ok es ist ok wir haben zwei alberne Missionen damit weg passt kann man anbieten ok ähm ja ja zwei alberne Missionen weg ist in Ordnung hier kann ich jetzt auch nichts weiter mehr machen ne die haben wir gerade abgeschlossen passt mehr kann ich gerade nicht tun wir sind tot ok wir sehen uns gleich wieder so da sind wir wieder da sind wir wieder die andere sind hier auch das ist gerade nicht so geil dann gehen wir mal da rüber ja das ist auch gerade einer äh äh die sind überall äh wollen die alle zu Darth Vader wahrscheinlich ja ok dann rüsten wir uns da vorne auf ich glaube da sind nicht so viele gelandet bei dem Labyrinthaus Dingens ich hoffe jetzt mal dass ich da noch recht ungestört bin ok auf jeden Fall habe ich schon mal eine gute Waffe und eine zweite gute Waffe und meine Ruhe habe ich auch sehr schön sehr schön ja hier sind wir erstmal richtig Gold richtig Noms Noms und mehr Noms oh das ist auch gerade ein tägliches Dings erhalte Schilde das läuft also auch automatisch durch finde ich gut so wir können sogar noch ein bisschen höher sind wir zonentechnisch ups nein ich habe irgendwo hingeklickt Hilfe jetzt ok ich bin wieder im Spiel wuh ok zonentechnisch sind wir super zonentechnisch sind wir super alles gut wo ist der Typ der am Dach der muss am Dach sein das ist und wo ist ich bin w Der muss am Dach draußen sein. Ist das sein Scheißernst? Aber der kommt nicht rein. Ich kann aber auch ohne zu zerstören nicht raus. Ja, okay, aber es ist eigentlich erstmal egal. Ich weiß jetzt, dass einer da oben sein könnte. Der könnte aber auch woanders hier rumschleichen. Juckt eigentlich erstmal nicht. Tatsächlich. Jetzt beschießen die sich auch noch. Da unten. Wollen wir es wagen? Okay. Kann man mal machen. Er hat uns nicht bemerkt. Wir ihn schon. Sein Pech. So. Munition. Okay, ich denke, wir können zu Darth Vader. Ich denke, wir sind ausgerüstet. Ich denke, wir sind ausgerüstet genug. So. Ich muss nur heil dorthin kommen. Das ist das Problem. Auf dem Weg, dann sind da jetzt noch mehr Gegner. Theoretisch, wenn ich Pech habe. Da drüben ist er. Da drüben ist er. Ich habe mich schon immer gefragt, ob die Leuchtpistole auch ordentlich schadet. Also, ob die auch als Pistolenschaden zählt. Weil theoretisch ist es eine Pistole. Na? Aber die macht halt so Feuerschaden. Ich weiß nicht. Die werde ich mal bei Darth Vader auf jeden Fall ausprobieren. Das interessiert mich schon. Ob ich da irgendwas reißen kann. Ich muss halt nur hinkommen. Okay, Munition. Immer gut. So, wir sind gleich da. Southpack nehmen wir nochmal mit. Das ist sehr gut. Ach, sei still. So. Okay, Sprintmission ist erfüllt. Da scheint doch gerade niemand anders da drüben zu sein, oder? Okay, das ist gut. Oh, mit dem können wir auch mal quatschen. Mach mal klar. Oh. Okay, nicht, dass ich jetzt hier in meinen Verderben renne. Habe ich mit dir schon mal gequatscht? Weiß es nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Nein, habe ich noch nicht. Nice. Oh, und die Waffe hier ist natürlich auch sehr gut. Da setzen wir mal hier mit. DMR. Oh, DMR ist auch nicht schlecht. Ach, habe ich schon. Siehste. Okay, da ist Darth Vader. Mal gucken, ob das Schaden macht. Okay. Mal gucken, ob das Schaden macht. Das war easy. Das war ja richtig easy wieder. Mein Wissenschaftler-Gedichten werden ihn bestimmt auffotern. Der Trupper will es jetzt noch wissen. Ja, schon recht klein. Ach, scheiße. Ich treffe mich mal. So schlecht. Tschüss. Ach, tschüss. Was haben wir hier? Darth Vader, das Lichtschwert. Nice. Aber kann ich damit gut kämpfen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich damit gut kämpfen kann, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass... Also, ich nehme es mal mit. So, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass das... So, das Ding ist. Moment, halt. Die Pistole will ich auch mitnehmen. Ah, was nehme ich? Gebe ich denn dann her? Ja, scheiße. Äh. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will doch mal die Pistole bei richtigen Gegnern probieren. Aber die DMR will ich eigentlich... Ich will nichts davon hergeben. Ne, komm, dann halt ohne Pistole. Ich glaube eh, dass die Leuchtpistole nicht zählt, als Pistolen schaden. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist das normale Blastergewehr. Ja, ist okay. Das ist auch das normale Blastergewehr. Ach, das wären auch übrigens mythische Waffen. Das heißt, man müsste die gar nicht kaufen. Man hätte die auch hier, okay. Wenn ich die Geschichte mit dem Zelt... Die in ein Zelt verbarrikadieren. Ja, das hätte ich ja auch alles machen können. Ist okay, ist in Ordnung. Kann man hier eigentlich rein? Hat das irgendeinen Eingang? Oder ist das einfach nur Deko? Das ist einfach nur Deko. Okay, wie schade. Na gut, so. Ähm. Klassisch einfach weitermachen. Gegner suchen. Gegner erledigen. Und so weiter. Eine normale Runde. Die Frage ist halt nur, ob man mit dem Lichtschwert noch irgendwie was Tolles kann. Aber ich glaub's nicht. Ich glaub, das ist halt einfach ein Lichtschwert. Okay, ich kann's werfen. Never mind. Ich kann's werfen. Was ist das hier eigentlich? Das ist... Hier waren wir glaub... Waren wir hier schon mal? Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier schon mal waren. Aber so Randporten, wie das da der Vader macht, kann ich mich nicht, ne? So irgendwie so an den Gegner ranziehen oder irgendwie so ganz solche Dinge. Aber ich glaub nicht. Ja, aber wo sind wir hier denn drin? Das kenn ich ja noch gar nicht. Hier war ich auch noch nie. Zumindest nicht so bewusst. So bewusst war ich hier noch nie. Ja, toll. Die Autodinger immer. Okay, was... Was sagt der Hai eigentlich zum Lichtschwert? Nix, weil ich nicht treffe, sagt er nix dazu. Ah, jetzt getroffen? Nee. Jetzt vielleicht? Oh, tut es ihm überhaupt was? Ich glaub, den drinziert sich da gar nicht. Ach, du Schande! Hab das gar nicht gesehen, aber das ist ja in Ordnung. Wir passen ja hier gut hin. Wir passen ja hier gut hin. Alles in Ordnung. Wir sind da zum Glück genau bei der Zone. Oder hab ich gar nicht drauf geachtet. Da hab ich jetzt aber Glück gehabt. Heieiei. Ja, die ist cool, die Frucht. Ich glaube, der Hai ist auch relativ langweilig. Äh, gelangweilt, wollte ich sagen. Guuuut. Guuuut. Ich würde gerne an einem Gegner das Lichtschwert ausprobieren. Muss ich gestehen. Aber ich fürchte fast, dass ich dafür sehr... Oh, hier muss einer mal gewesen sein. Okay, wir versuchen mal jemanden zu finden. Warum nicht? Jetzt sind da einfach genau die Reifen davor. Ich will doch nur das Schild auslösen. Dankeschön. So. Versuchen wir mal, die Person zu finden. Ich weiß jetzt ja, wenn das Ausrufezeichen drüber ist, dann ist es die Person. Oh, shit. Okay. Interessierst du dich für mich? Oder sind wir cool? Oh. Ja, da hat sich schon jemand um das Kopfgeld gekümmert. Was ist seine Mission? Oh, hat der Auto gewechselt oder was? Schade. Okay, dann legt sie mit irgendjemand anderem gerade an. Ja, rutsch erst mal runter. Okay, ich glaub... Nein! Ich rutsch auch runter. War nicht ganz mein Ziel. Ich würde gerne wirklich probieren, jemanden mit dem Lichtschwert zu erledigen. Aber ich glaub, das ist keine gute Idee. Okay, da unten sind einige. Blaue Kiste. Nice. Hammersturm... Oh, haben wir noch die Mission mit dem Hammersturmgewehr? Von wegen hier, äh, Kopfschüsse. Schon, die haben wir noch, ne? Die haben wir noch. Die war hier. Ja, einen Kopfschuss brauch ich. Einen Kopfschuss nur. Einen Kopfschuss mit dem Hammersturmgewehr. Mehr brauch ich nicht. Ich brauch nur einen Kopfschuss. Oh, wir haben auch nur noch vier Spieler. Oha. Was ist denn hier los? Wir haben nur noch... Oha, hier gab's ja richtig Party gerade. Wir haben nur noch vier Spieler. Da läuft einer. Schade. Zählt das als Kopfschuss? Da fährt einer. Ich muss nachladen. Da fährt der andere. Was ist denn hier los? Oh. Oh. Das hat wehgetan. Oh shit. Oh shit. Da hat sie einen jetzt aber wissen wollen. Das war gar nicht so schlecht geschossen, na? Nein. Nein, 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 nein. Habe ich meinen Kopfschuss wenigstens erwischt? Habe ich meinen Kopfschuss bekommen? Kein Plan 9633 hat mich erledigt. Okay. Habe ich meinen Kopfschuss bekommen? Please. Kommt der Kopfschuss? Habe ich den bekommen? Oder war der nicht dabei? Ah, schade. Okay, ich habe den Kopfschuss nicht bekommen. Na gut. Aber wir haben Darth Vader besiegt. Passt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Dann ist mir vorstellen dass der Kopfschuss gehen kann. Bis dann? Vielen Dank.